Hossa Internet erscheint Destiny 2 am 8. September. Das steht so jedenfalls auf einem angeblich bei GameStop Italien geleakten Poster. Außerdem auf diesem Poster abgebildet sind drei Renderhelden. Sehen so aus wie die Klassen aus dem Vorgänger, also ein Titan, ein Warlock und ein Hunter. Und drunter ist noch der Hinweis auf einen Beta-Test im Juni. Nur der Satz, wie man in diese Beta reinkommt, ist auf diesem Foto von dem Poster leider abgeschnitten. Es ist aber davon auszugehen, dass es eine Vorbestellerboni ist. Destiny 2 soll ein kompletter Neuanfang für den Online-Shooter werden. Das heißt, es werden zwar die Klasse und das Aussehen des Charakters in Teil 2 übertragen. Alle Itemsfähigkeiten und Währungen bleiben aber im ersten Teil zurück. Deshalb wird das Ende des ersten Teils nochmal gefeiert mit dem Event Age of Triumph. Da gibt so bearbeitete Raids und jede Menge Herausforderungen ab dem 28. März. Outlast 2 wird ungekürzt in Deutschland erscheinen. Denn die USK hat dem Horrorspiel jetzt ein rotes 18er-Siegel für keine Jugendfreigabe gegeben. Damit kann es bei uns ganz normal gekauft und beworben werden. In Australien sah der Fall anders aus. Da hatte nämlich die Altersfreigabebehörde der OFLC dem Spiel die Freigabe wegen einer gewalttätigen Sexszene verweigert. Das kommt in Australien dann einem Verkaufsverbot gleich. Nur jetzt darf es doch in Australien erscheinen, mit einem 18-Plus-Siegel. Das ist also auch die höchste Einstufung in Australien. Der Grund, die Behörde hat ihre Meinung geändert. Man hat also einfach die gleiche Version nochmal geprüft, ohne dass da irgendwas geändert worden ist. Und man ist zu dem Entschluss gekommen, dass das doch in Australien erscheinen kann. Outlast 2 kommt am 25. April. Neue Inhalte für World of Warcraft, denn Blizzard hat mit einem fulminanten Trailer den Release-Termin für das nächste Inhalts-Update 7.2 das Grabmal von Sagaras angekündigt. Und das erscheint zufälligerweise am gleichen Tag wie Destiny Age of Triumph am 28. März. Dann gibt es erstmal nur das neue Gebiet der verhehrten Küste und den neuen Dungeon, die Kathedrale der ewigen Nacht. Den neuen namensgebenden Raid, das Grabmal des Sagaras, das kommt dann erst später. Dann können sich die Spieler also erst dem Oberschurken Killjaden stellen. Und dann gibt es noch eine Ankündigung aus dem Hause Blizzard, nämlich dass der Battle.net Launcher ab sofort nicht mehr Battle.net Launcher heißt, sondern wie bereits angekündigt nur noch Blizzard App. Das war's für diese Woche mit den News. Ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Bis dahin, weiterspielen!